so leute willkommen zum zweiten Tag von Minecraft Adventskalender er spielt Survival Games mit dem Kids hier oder wie man es nennt 0,5 Pfenniger Schaden ich hätte nie gedacht das Survival Games aufnehmen so scheiße ist ich nehme immer wenn ich nicht aufgenommen habe ich jede Runde immer gleich geschafft oder ne diesmal natürlich nicht und wird beobachtet die Pilzuppe ist immer gut da lang gehen wir nicht aber ich glaube das ist eigentlich eine gute Rote das ist eigentlich eine gute Rote ne ich nicht oh fuck fuck lecks man jetzt sind wir schon ganz gute Dinge ja ok ähm eine Eisenachst ist schlechter als ein Hotschwert ja ok rein theoretisch kümmer hoch ja hier man verzaubert oh hier war schon ein wirklich hier hier war schon ein Geil ein Geil ich pisse mich selber immer an wenn ich andere sehe die irgendwelche Items haben und die nicht benutzen und ich mache es auch nicht besser ein schönes Minot-Section-Pack hier ich gehe mal hier entlang ne da waren wir schon die Kiste so wie man sich denken kann hier ist eigentlich ganz gut hier war ich schon mal hier ist eigentlich ganz gut hier war ich schon mal alles verarbeitet aber hier den hat doch niemand ach fick weiß Dach ins Genie er war wohl ein Pro am Werke wenn gleich die Koordinaten kommen dann müssen wir uns aber beeilen damit wir 800 und 800 850 890 800 2 der Berko also wird es beides weniger so in die Richtung 1 2 2 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 12 15 15 15 15 15 15 16 16 ja dankeschön nix nix special er war wahrscheinlich fast da und ich hab dir das einfach schnell weggesäckt live sieben stück komm ich da oben auf seien die schlau da ist gar nix mehr drin wenn er hier oben war dann wird er bestimmt schon dieses shit hier gesehen gibt sie kein ausweg da gibt es denn jetzt hier keinen ausblick der dvm und drinnen und Nö, ne? Ich hab ein Level. Eine Klasse. Ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche Runde. Ich würde sagen, wir machen noch kurz eine andere Runde. Da sind wir wieder bei der nächsten Runde von Survival Games. Ich habe... ...Stone Sword. Nö, egal, ich hole lieber erstmal ab. Ich glaube, das ist eine goldene so eine große Reihe. ... ... ... ... ... ... ... ... Prozent er sagt er ist wohl nach Team gefragt war okay gesagt es ist so gar nicht schlecht anscheinend also Ich bin eigentlich nicht so einer der Team macht es oft. Ich habe ein Level, das durchstärkt man ein leichter Level. Das macht Sinn. Okay, jetzt hat er sich kein Snack da. Nein, das mache ich nicht gerne. Ich will das jetzt euch auch haben, aber naja. Ich habe die Zauber geschickt. Ich habe die Zauber geschickt. Ich habe die Zauber geschickt. Was, lol? Die Zauber geschickt. Ich habe die Zauber geschickt. Minus 200 So Was müssen dann Minus 90 Minus 200 Na so gut Für Teamwork Einfach mal weglaufen Und dann auf einmal wiederführen Ja auch wenn ich die nicht mag wo ist der Typen es war klar dass Effizienz kommt aber nicht das kommt gut Endlich zu sagen. So, einfach mal so. Wahrscheinlich zwei Sachen, zwei Zauberer, das ist gut. Hm. Fuck, 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 fuck. Fuck. Egal, ich würde mal sagen. Das war's dann für den heutigen Tag. Zwei kleine Runden. Und dann sehen wir uns morgen oder gleich wieder. Ciao. Vielen Dank. – Glocker!!!!! Vielen Dank.